Ich bin Eduard, bin 26 und Schauspieler. Und ich bin Fabian, bin 29 und Regisseur. Ja, ich spiele Werther, genau. Für mich ist das einer, der unbedingt leben möchte, der mit einer Intensität leben will, die seinem Ideal entspricht, was er für sich gefunden hat. Er möchte, er sieht sein Vorbild in den Kindern, sozusagen in der Naivität, in der Offenheit, in der Neugier der Kinder. Und so wünscht er sich, dass alle Erwachsenen auch so leben und erlebt dieses Ideal vor. Er trifft dann auf eine Frau, bei der er so sein kann, wie er möchte. Er fühlt sich verstanden und ist unendlich verliebt in sie. Bis er dann dahinter kommt, dass sie nicht mit ihm zusammen sein kann, weil sie ihm schon verlobt ist und das ihrer Mutter versprochen hat, die im Sterbebett lag. Liebe Lotte, ich musste fort. Ich lernte ein Freund von Medien. Er versucht es trotzdem, sie von sich zu überzeugen, schafft es nur so halb und geht daran zugrunde, dass die Person, bei der er sich verstanden gefühlt hat, dass die ihm nicht das geben kann, was er sich von ihr gewünscht hat. Ja. Ich danke dir, Albert, dass du mich betrogen hast. Ich wartete auf Nachricht, wann euer Hochzeitstag sein würde und hatte mir fest vorgenommen. Warum sich Jugendliche das Stück angucken sollten. Also einmal, was den Stoff betrifft, ist es, glaube ich, etwas, es war sozusagen zum ersten Mal 1774 erschienen, aber vom Stoff her ist es, glaube ich, trotzdem etwas, was Menschen, gerade junge Menschen, zu allen Zeiten beschäftigt. Die Sturm und Drang-Zeit ist die Zeit zwischen 18 und Mitte, Ende 20. Die Zeit, wo man raus ins Leben will, wo man, oder vielleicht fängt es schon früher an, vielleicht so mit der Pubertät, ab 14, wo man raus ins Leben will, wo man Erfahrungen sammeln will, wo man intensive Erfahrungen machen will, wo man sich das erste Mal verliebt. Und das sind alles Sachen, die sich im Wärter wiederfinden, die eigentlich, ja, das, der Kern des Wärters sind. Und ich glaube, das sind Fragen eben, die für Jugendliche zu allen Zeiten brennend sind. Also, wie will ich mein Leben leben? Wo finde ich meinen Platz? Wie muss das sein? Wie muss ich das anfühlen? Mit wem will ich mein Leben teilen? Also, einen Lebensentwurf zu entwickeln, den man dann verfolgt, ist, glaube ich, gerade in dieser Phase das größte und relevanteste Thema. Und letztendlich ist der Wärter genau einer, dem man dabei zugucken kann, wie er sein Leben entwirft und wie er damit umgeht, wenn er merkt, das und das funktioniert nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Dieses Herz ist mein einziger Stolz. Die Quelle von allem, aller Kraft, aller Seligkeit und allem Elend. Ich will sie nicht wiedersehen. Ich bin in der Welt. 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 Ich bin in der Welt.